Es ist in allererster Linie natürlich eine Challenge. Ich meine, es ist ja zu beobachten, dass natürlich die Künste sich wieder mehr begegnen. Street Dance, Urban Dance, es ist alles erlaubt, so zu sagen. Und empfinden und neu erforschen, das ist dabei auch wichtig. Wie gerade bei deiner Musik. Heute sehen wir Breakdance in unzähligen Wettbewerben, aber wir sehen auch Breakdance auf den Theaterbühnen. Weil wenn du festgefahren bist auf deiner Schiene, auf deinem Repertoire und das nicht wandeln kannst, dann tust du dir selber damit schwer. Und häufig ist es ja so, dass einstudierte Dinge irgendwann statisch werden. Diese Tanzform ist rebellisch in erster Linie. Eine sehr kritische Haltung einfach haben zur Autorität und zur Führung, so wie sie eben stattgefunden hat und so wie sie zu der politischen Entwicklung geführt hat, wie sie dann passiert ist. Und das, glaube ich, ist für mich Minimo Music. Diese Art von Musik, die einfach irgendwie gleichzeitig auf zwei Ebenen ist. Du hörst es immer, aber irgendwie gehst du raus davon. Aber eigentlich, wenn man so in den Club reingeht, wenn man so Transmusik hört, was macht man da? Du hörst Beat und du tanzt einfach intuitiv. Aber der Körper kann sich nicht aufhalten. Ganz egal, woher sie kommen, welche Sprache die sprechen und welche Religion sie glauben, was für eine Kindheit oder Vergangenheit sie haben, in diesem Moment haben sie geglänzt. Und jeder, der sich im Raum befand, war damit einverstanden, dass sie glänzen.